Hallo Leute, willkommen zu Let's Play Mini Golf. Heute spiele ich mit New Cryptic Link. Zero. Und Mr. Good Ironman. Ja, ich verstehe mal hier das Spiel und dann warte ich. So, ich gehe jetzt weiter rein. Awesome Bar, oder? Ja. Awesome. Awesome. Okay. Ich habe aber noch. New Cryptic Link. A, W, E, S, O, M, E. Aber langsam, langsam. A, W, E, S, O, M, E. Oh, falsch. So, das Ganze wird stattfinden. Jeder nimmt fünf Flöcher auf und ja, wir werden hoffentlich viel Spaß haben. Und einer fällt noch. Oh, ja, der sagt mir falsches Passwort. A, W, E, S, O, M, E. Ja, geht doch. Ja, ich beginne gleich. Skill. I have so much skill. Eat my skill, man. Oh, so fast sogar skill. Ja. Was macht eigentlich der Verlierer? Ähm, das... Ja. Ich bin ja für Werbung für den Gewinner. Ja, das fände ich auch gar nicht so schlecht, die Idee. Wer ist der Gewinner? Ja, ich natürlich. Ja, schätzungsweise... Also, ich weiß, glaube ich, sogar... Ich würde schon mal den Verlierer. Verdammt. Du bist mir nicht eigentlich grün. Naja, weil du jetzt da reingepackt bist, weil du auch zum nicht schreiben kannst. So. Oh. Naus. Fahr mal. Da gehen wir nicht in meine Sicht weiter. Bin schon da. Ja, ist klar, der Pro kommt wieder. Ah, ja, mein Gott, passiert. Ich hab's wieder weggekickt. Leute, ihr habt euch aber lieb, dass wir so ein Grupp. Neu! Oh, Gott, ich hab's mal viel. Eat my skill? Ja, nein! Wieso? Hat gerade noch Chance nicht zu verlieren, wie's aussieht. So, was macht ich so? Mach mal so. Ich muss jetzt permanent meinen Lautstärkeregler nach oben drehen, weil ich sonst zu leise bin. Verdammt. Du bist schon mal weiter als die anderen beiden. Ja, ich hab's geschafft. Hallo. Die kommen aber auch nicht zu dir kuscheln. Yay. Hui. Skill, nein. Ja, okay. Das hat sich jetzt voll gelohnt. Und jetzt kommt der Profi wieder. Ganz lässig. Ich wollte ich auch noch schon dran. Bro. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Das, was geht. Wieso kommen alle da rein? Nein, nur ich nicht. Kommt nicht alle da rein, ja? Ja, dann eben beinahe alle. Du verziehst dich wieder in ein Loch, oder was? Nein, mach ich das jetzt mit Skill. Jetzt kommt's. Wie du hoffst. Wie, ich werd jetzt hier weggehauen. Mr. Green, wann machen wir das eigentlich mit dem Co-Kommenter? Ja, ähm. Gehen wir den Weg nochmal zurück. Kommt, ich weiß, ich krieg so viele Schläge Vorsprung, ich will eine Konkurrenz haben. Oh Gott, ich werd, ich glaub, ich werd schon zwei Paar. Oh, alles bitte. Das einzige, was du jetzt versuchen kannst, ist Superbunnen. Oh mein Gott. Ich fange an und... Blödes Loch. Ah. Ähm. Das schaut gut an. Die Welt schaut gut an. So ein Block ist das also, okay. Ich weiß schon, was wir machen müssen. Ja, ich glaub, ich weiß es auch. Wir müssen die Ziegelsteine wegballern, dann den Block da rein und den einen runterhauen. Skill. Dazu müssen wir aber erstmal unten die Blöcke weghauen. Hm, zu spät. Ey. Was war das jetzt? Nein, das muss voll intimer Arbeit geschehen. Dann haben wir... Dann fehlen wir abartig. Also am besten geht, bevor wir den Block reinmachen, noch einer so rein, dass wir, äh... Ja, jetzt kann ich für die epische Kettenreaktion. Bäm. Okay, doch nicht. Hat nicht so gut geklappt. Ja. Na wieso, denn kann er da schon mal rein und den Block da unten wecken machen? Ja, fast. Oder so in der Art. Oh. Ja. Ich will auch mit. Ich komme. Wui. Ja. Leute, vergesst nicht, was wir machen müssen. Hallo, der Block. Da muss da oben rein und dann muss einer von oben nachschieben. Ne, wir können auch die komplizierte Art machen. Vielleicht haben wir ja Glück und wir müssen das gar nicht tun. Sondern vielleicht sind da hinten ja Gravitation und dann bumm, 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 bumm und dann alles weg. Nein, Gravitation würden wir sehen, du Schlauberger. Na ja, okay, wenn da alles zu gemauert ist, so wie hier, kann man es ja nicht wissen. Toll, ich komme da nicht ran. Toll, Leute. Dann gehe ich halt hier hin. Ja klar, du gehst jetzt voll ab, oder was? Ja, dann werde ich was euch machen. Ihr habt mich da komplett zugebaut. Ich komme gar nicht an dem Block ran, sodass ich was machen könnte. Jetzt kommen alle wieder da. Ich hätte nicht alles in den Block da reinschieben können, nur mal so. Der Kleidungssystem auch den Weg frei. Geht noch. Wie war, wir machen den Weg frei. Ich bin nicht frei. Ich werde da noch so fehlen. Hey, du, du wirst nicht einfach weg. Ich glaube, du hast mich da. Ich glaube, du hast mich da. Und schon auf einen Ort. Ich habe mich da. Ich habe dich in den Weg, Mann. Ich komme mit Kuscheln. Nein, geh da. da ja ich bin natürlich ich wollte professionell daneben so wenn es so wenn sie wissen schon wer gewinnt aber er macht ja schon werbung auf deinem Ende für mich was soll das wenn du verlierst und ich gewinne dann sind richtig schönes Video für mich okay Schattenpuma ja ja ich mach ein Video auf jeden Fall hier muss ich wahrscheinlich drei Videos heute machen das kann lustig werden geht doch weg man wenn du drei Videos für mich machen musst das wäre jetzt böse dann will ich aber auch dass du drei machst jetzt mach ich aber ein episches alter mit Gefühl das erinnert mich früher an diese eine Serie von wegen ich habe die Macht schon so Star Wars die Macht schon mit dir was soll das da oben eigentlich darstellen älpische Frage ja es geht weiter aber was ist das wie geil ist ja geil die Welt die gefällt mir die gefällt mir und jetzt ich frage mich mal auf dieser Bahn einschließend dann hat es gut ähm ja das war jetzt gel Tja, manche haben's, manche nicht. Ich hab's. Echt, irgendwann? Ja, Blocken und herschieben kann man gut. Ich haste mein Hütte. Ey, Leute, wir dürfen nicht vergessen... Oh, was? Nicht schlecht. Wir dürfen nicht vergessen, dass du nur noch die und die nächsten beiden Bahn aufnimmst. Ja, ich darf mal... Ja, Stadium Bahn 23, aber ich werde wahrscheinlich zwei Parts dafür brauchen, weil ich jetzt schon bald beim zweiten bin. Ja, das dürften wir alle... Ich sag ja, zu wenig Zeit, aber ist egal. Dann nenn ich aber Part 1,1 oder so. Hey, Mann! Wie akzeptiert ihr euch? Kann ich ganz weg. Und Mr. Green packt sich natürlich genau vor mich, ey. Jetzt bin ich schon wieder ganz hinten. Das wäre... Ha! Skill, Mann! Skill! Skill! Nein! Nein! Sieht ein, du hast kein Skill. Ich will aber Skill. Ja, das war vor, dass ich dich aber mich weggicken kann. Ha! What the... Toll! Ja, jetzt komm ich halt von der anderen Seite. Hallo! Wieso? Ich hab so eine ganz locker. Alle kommen rein und ich nicht. Ah! 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 Skill! Oh Gott, ich freu mich mit dem Baby. Ja, äh... Okay, hat kein Sinn mehr. Kann lange dauern. Ja, oder auch nicht. Oh! War hab ich das? Nein! Ey, wir haben maximal Schläge 3, äh... 20, also. Das gibt's nicht ganz toll. Mach keinen Sand! Ja, mach's mit Skill. Ja. Okay, da kann ich gut reden. Der ist gerade bei mir voll abgespannt. Ja, du schaffst es. Ja, 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 ja. Ja, du ist da. Geschafft. Oh Gott. Sauber. Wie machen wir das? Einfach nur Werbung auf dem Kanal oder ein Werbevideo? Ein Werbevideo, würde ich sagen. Weil werben tue ich so zu fast für jeden. Auf dem Kanal. Bitte? Sind die anderen damit einverstanden? Ich würde ein Video machen, auf jeden Fall, weil sonst ist es ja langweilig irgendwie. Ach so, dafür sind die Wender so gut hier. Ich bin ein, wie geht das nicht begriffen. Bumi. Leute, seid ihr damit einverstanden? Jo. So, Bäm. Ich nehme aber ein Stück auf, ich werde da jetzt nicht extra pausieren. Nein, nein. Du hast den nur noch. Fuck. In einer Kopfhörer ist schon wieder sonst wo. Lalalala. Hey, ich bin ja auch jetzt alle. Oh fuck. Ja, im Begriff Pown und der Pown wird doch nicht mehr die Nied. Er ist wieder drin. Schön. Ich glaube, ich bin letzter, oder? Oh fuck. Momentan. Aber ich so kann zwei gleichzeitig führen, das finde ich irgendwie doof. Genau, dass es einfach zwei Gewinner gibt. Ja genau, da musst du für beide ein Video machen. Ich bin so dumm, ich bin so dumm. Ich bin so dumm. What? Wie du da tut, rastlich? Ja, mit Gefühl. Oh, wow. Nicht schlecht. Ja und jetzt komme ich. Bäm. Okay. Oder ich komme nicht. Ich komme. Kranke Lache, aber das muss jetzt sein. Meine Kalt. Meine Kranke Lache auf Doom. Ja, das war jetzt irgendwie fail. Das war mir davor fail. Ja. Ihr kommt wenigstens an. Die sind hier hinten immer noch ganz leid. Ja klar, jetzt überhaupt nicht. Ich werde mich immer überholt. Von alles und jedem. Ich bin traurig. Ja, ich bin endlich da. Kick mich weg und du bist tot. Ja, klar, ich werde dich jetzt ownen. Los. Und volle Power. Nein. Sein Dreck. Nein, 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 nein. Ich will vor dem Ziel sein. Nein, 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 nein. Ja, okay. Nein, nein, nein. Was war das? Ja!